Hast du einen schwachen Magen, wirst du dieses Video vermutlich nicht sehr gut vertragen, bist du noch keine 18 Jahre alt, dann bist du zu jung, tut mir leid. Wir fliegen da einfach so mal ein paar Stockwerke runter und stehen sie einfach rauf und wollen einen töten, hey, so haben wir es gerne. Schlitzer. Nein, schlimmer. Oder eigentlich, wie man es nimmt. Hey, irgendjemand ist gestorben. Oh, fuck. Stirb. Das war ja mal ein echter Schocker bei diesen Leuten. Ach, warte mal. Warum soll ich nicht extra mehr aufstehen? Ja, okay, aber paar müssen uns noch provozieren. Ist da was? Warte, warte, warte. Ach so, da geht es weiter, glaube ich. Nee. Na, da oben geht es weiter. Ich möchte nämlich schauen, ob hier links nämlich was ist. Oh, nur das. Äh, warte mal, warte mal. What the fuck? Siehst du das hier? Ja. Es bewegt sich. It's alive. Einfach nur verpackt. Aber es hat gerade so gut gepasst. So, hier sind... Schon wieder. Äh... Mach mal einfache Art und Weise. Den Rest kannst du dran stecken. Das ist doch ne gute Kombination. Flammen und... Elektro. Halt. Achtung. Links und... Nein, da kommt... Die wollen nicht sterben. Nein. Ups. Ich renne. Ups. Ich hab... Warte mal, ich hab doch meinen Granatwerfer. Aber so ein Arsch bin ich nicht. Fump. Hä? Schade, Michael. Ach. Ah. Ich nehm den auch mal schnell her. Weil es kommen, glaub ich... Ja. Das war schön. Ach, für die zwei... Wollte ich jetzt sagen... Wäre es ja eigentlich der Schwachsinn, das herzunehmen. Hihihihi. Tja. Aber Hauptsache, man hat was verschwendet. Schade. Ja. Das ist säuber. Man kann nie... Oh, oh. Schade. I will. Solange du Munition hast. Und die hab ich immer. Weg, 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 weg. Sehr schön. Jetzt wird wirklen hier. Und. Komm. Das ist nett. So, ich glaub, das war's erstmal. Weil ich glaub, die kann's auch nicht mehr einsammeln. Slowdowns. So. Nehmen wir mal den Shocker her. Arschloch. Und noch mal einer. Und noch mal ein paar. Nein, ich hab keine Munition, ich hab den Shocker. Jetzt bin ich aber echt schockiert. Und noch mal ein Fettsack. So. Jetzt muss ich grad... Äh. Ah. Einmal das und das andere kannst du zertreten. Aber warte mal, komm mal kurz mit. Ich will mich nur überprüfen, dass auch... ...dass ich das hier wegschieben kann. Weil da hinten ist nämlich noch was. Warte mal. Ich möchte noch was ausbringen. Warte mal, geh mal weg. Das ist zwar ein Schwachsinn, eigentlich, was ich vorhab. Nein. Das hat funktioniert. Fuck, loss of physics. Ähm. Du musst schon... Du musst schon drüberspringen. Ja. Jetzt war's so sauer, jetzt bist du gleich drübergerumpelt. Ja. Schau. 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 Energy. My friend. Launcher. Warte mal, wenn Gegner kommen, äh, gehst du weg, weil ich hab'n Granatwerfer grad in der Hand. Oh no. Da sind sie. Ach, das sind zu wenig. Obwohl, na, das sind wir noch zu wenig. Da sind wir noch zu wenig. Ich setze Granatenwerfer ein. Das war mit... Oh, fuck. Weg, 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 weg. So. Nicht mit mir, nicht in meiner Stadt. Warte mal, erst mal ein bisschen Ablenkung. Ja, jetzt können wir. Woah, fuck. Ähm. Hab ich wirklich nichts gesehen. Das hab ich gemerkt. Der ist nämlich in... In your face da Platz. Ja, war er auch in mein face. Molotow Cocktail. Molotow Cocktail. Molotow Cocktail? Molotow Cocktail. So, jetzt was. Müssen wir doch ein paar weg haben, oder? Als wir sauf. Ähm. Da hinten liegt so eins. Lass mich ruhig gehen, ich bin's wieder. Du musst schon... Du musst schon davor... Boah, kannst du gar nichts mehr machen? Sie wagt halt lieber da geht es, das Retten. So, was könnte ich jetzt noch aufrüsten? Ich könnte... Ne, ich glaube ich mache das größte Magazin vom Schocker. Jetzt habe ich nämlich 700. Weil die war für später noch praktisch. Äh, ja. Schau mal, was könnte ich mal noch holen? Mal kurz... So. Hab ich schon. Moment. Schau mal kurz. Ich hab grad keine Unnetze, wo ich Luft bekommen. So, jetzt geht's weiter. Boah. Ja, das war grad... ...spontan. Ich wollte eigentlich nur schauen, ob da nämlich irgendwas zum Aufmachen ist und drück... äh, nämlich intuitiv auf R2. Und hab den gleich mal zerteilt, bevor er raus... Boah, weg. Boah. Basta. 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 Ack. Basta. mal viel Spaß dran Warte da ist was hinter dir ach du Himmel und rennt natürlich gleich ins Feuer rein Schaden Nein, gell? Nein, das schaff ich nimmer Ja, ich glaub das war so gut, dass ich nicht versucht hab Äh, ja Monatoft Hotel Ja, diesmal funktioniert es wieder Monatoft Hotel Äh So, jetzt sind glaub ich mal Ja, ich glaub jetzt können wir weiter Halt, ich glaube Das hört sich nach Welche Richtung an Äh Ah Irgendwas Naja Ich glaub irgendwas explodiert schon wieder Da ist noch ein Auto, oder? Achso Oh Ne doch Ja, ein Auto, aber das kann man Die abknallen Schaden Äh, da ist nämlich noch was Äh, ja Soll ich? Müssen ja, müssen ja weiter Ja Ach warte, das mach ich Einfach Eigentlich, warte mal, wir könnten eigentlich das effektiver nutzen, wenn wir einfach hier Also wenn genügend Naja, wenn genügend Zombies Naja, wenn genügend Zombies Äh, ok Bewegt dich du scheiß Style Schneller Ich hänge, Hilfe Ah Super, ich hab einen troffen Boah Warte, ich glaub ich muss Nee Geh auf Nein Geh auf Ich treff nicht Netzer Also Warte, die Auf Ich hab ihn Die 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 Und da ist doch noch mal was! Scheiße! Hupala! So, ich glaub hier war nix mehr, wach? Warte mal! Ähm, ja. Ich überleg nämlich grad ernsthaft, wie ging das gleich wieder weiter? Das Ding ist doch jetzt unten, oder? Eigentlich schon. Warte mal. Hm. Okay, da ging's nicht weiter, warte. Warte mal, rennen wir noch... Au! Ähm, warte mal, jetzt rennen wir noch mal... Oh, hi! Oh, fuck! Weg, weg! Wo kommt die hier auf einmal leer her? Nein, weg! Weg mit hier! Boah! Boah, Himmel! Jetzt kommen sie irgendwie alle aus den, äh, aus den Löchern krochen, oder was? Au! Den hab ich jetzt nicht gesehen! Na, so wenig wie ich, wie man an meiner Gesundheit merkt! Ähm, sollten eigentlich, glaub ich, nicht unbedingt, äh... Oder warte mal! Das ist vielleicht auch sehr Richtung, warte! Warte mal, warte mal, warte mal, sind die vielleicht sogar richtig... Warte mal, komm mal her! Ne, das ist eigentlich nur... Energie, links, äh, rechts! Hier, da... Ne, die schlecken! Warte mal, links! Warte mal, links! Warte mal, links! Warte mal, links!